hallo leute und willkommen zu einer runde gar nichts oder einfach nur ich bin zu wahlbergames auf dem hifmc.com server so das alles gerade moment erstmal nicken slash nick juni slash ich erkläre euch gleich alles alles erkläre ich euch gleich so ja das ist übrigens mein zweiter kommt über blub alles weitere natürlich in der folge no more cut zu der geschichte also da nicht wundern aber gerade lust auf halbkurse wahlbergames noch nicht zu spielen ja auch ohne cam gerade blub blub und ohne alles intro einfach nur weil ich das jetzt gleich auch schon direkt hochladen möchte weil wegen 18 uhr ich kein video habe und das erklärt euch jetzt auch den grund wieso weshalb warum deswegen nämlich gerade einfach noch eine zur wahlbergames richtig spontan auf schwein einfach so in die runde und schneide jetzt auch gar nichts und lade das dann auch so hoch ein stück faul ja mann oh mann das macht mich traurig welche map kommt denn ran interessiert mich gerade viel mehr adi die ist cool ja musik könnte ich ja nicht wenigstens noch mal anmachen im hintergrund ne den luxus sollten wir haben wenn ich meine musik findet wenn ich mal musik finde levi usa schillimilli ja heute kommt leider um 18 heute kam kein legend auch um 18 uhr ich hatte erst um 15 uhr geplant deswegen habe ich schon noch mal hat auf vor verschlägt auf 15 uhr weil wir können jetzt schon hatten aber aufnehmen wollten aber das problem ist heißt es ist juni mit ihnen ja das problem ist juni ist youtuber das problem ist er hat es noch nicht da dann haben wir gesagt okay dann nehmen wir spontan auf da können wir noch wenigstens 18 uhr folge machen hat auch nicht geklappt aus zeit technischen gründen ergo heute kommt gar keine folge das ist das problem ja ich bin gerade mal lieber weg in ruhe hier rüber dann gehen wir mal luti luti ich will aber am rand da hinten da sind richtig viele truhen immer da will ich gerne hin na das ist gerade das traurige deswegen nehme ich jetzt gerade spontan ganz schnell das verwaltungsrunde auf ohne kämpfe blub einfach nur jetzt so und da hat sie dann auch direkt so hoch ist zwar ein bisschen auch ich hoffe ihr verzeiht mir das wenn ja dann ja wäre es nett wenn ihr mir das verzeiht dass das so ein bisschen ja so einfach hochgeladen wird dann nehmt mir das hoffentlich nicht böse würde mich freuen wenn ihr mir das nicht allzu böse nimmt hier sind am rand immer schön viele genug truhen ich glaube die route ja aber ich habe ja auch eine normal cut folge hier aufgenommen auf dem halb server wie gesagt die geschichte zum zweiter kommt der jetzt youtuber rang hat wird dann hier natürlich in ruhe erzählt ach dann lasse ich da in ruhe schwimmen habe keinen bock drauf auf jeden fall half ist auch so ein server wo ich halt ewig nicht mehr gespielt habe wo aber auch ein paar da sind leute manchmal bei die sind gar nicht so schlecht auf jeden fall auf dem halb kann ich mal aufhören jetzt mich so zu belästigen alter ich hab richtig auf der bastard kann sie mal verpissen hätte mir noch 100 mal erst mal genau glück gehabt da habe ich noch mal glück gehabt da habe ich auch richtig schlecht gehittet in dem fall das war nicht wie nennt man das so geil ne oh so geil ah dann walzen nehmen wir mit denn auch walzen kann reizen und wie gesagt bitte bitte seid mir nicht böse dass es jetzt nur so ein kleiner part ist wo ich zwar weil wir ganz spontan spielen normal aber besser als wenn gar keine 18 uhr folge kommt oder oder leute oder ja ja auf dem schiff hier ist glaube ich keiner ne 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 auf schiffen sind nur immer wendys ne müssen wir uns merken wichtige regel die ich in normal cut gelernt habe auf der in der halb folge das war so lustig dass da könnt ihr euch schon mal freuen wenn die folge kommt da könnt ihr euch schon mal drauf freuen da hat er wieder ey das gefühl der verfolgt mich hier so ein bisschen aber er ist ja ja tot jetzt kann er mich nicht mehr verfolgen wenn wir das mal auf die zwei haben vier pfeile ähm so geilen besseren stuff haben wir da auch nicht mehr leider aber können wir so ein bisschen broad machen ein bisschen bread ah ich steck fest ich steck fest oh ich krieg dann immer Panik das Problem ist hier wirklich ich habe so meine route wo ich die ablaufe wenn ich den scheiß stuff habe habe ich vielleicht stopp und ich weiß dann nicht mehr und jetzt so nach dem motto halt ah verdammt das war failing scheiße schnell ich hoffe mich findet hier jetzt keiner weil wenn man hier unten kämpft ist man meist tot ich renne gerne im F5 Modus auch rum in dieser Zeit das kann doch nicht sein wir sind so tot wir sind so tot ich bin so tot ich bin so tot oh man wie konnte ich jetzt hier rein fallen aber hier hinten geht es doch gleich hoch bitte 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 oh ne Truhe aber bitte bitte ich will auch hallo ja fein halleluja wir haben echt viel Weizen das ist ganz knorkel hinter mir ist keiner ne ne will sich niemand trauen ne also wir hätten das nen Gegner den will ich mal besuchen naja der hat der hat ne nicht so guten stuff alles weiß ich auch nicht was er für ne Waffe hat bitte mach keinen Turnaround hat er aber erstmal noch nen Hit mitgegeben vom Bogen zack na shit 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 der hat ne Angel eigentlich nicht ich hätte aber gerne die Angel pow komm schon come on baby come on ich bin schon echt gut gehittet nebenbei aber naja gleich ist auf jeden Fall dm ich hätte so gerne ne Angel ne aber die kriegen wir jetzt eh nicht mehr bis zum dm schade schade schokolade lp naja und die m versuchen wir auch ein bisschen defensiver zu spielen auf jeden Fall denn das ist meistens der Schlüssel zum Sieg außer da ist gleich ein Team ja die haben alle ganz guten STUFs auch so ist es ja nicht Ist da einer hochgegangen? Ne, ne, ne. Auf jeden Fall drei Leute da. Zack. Mann, Junge. Du mit deiner verhurten Angel, ey. Hä? Ich schwöre, ich will dich endlich tot sehen. Ja, Mann. Was war das für ein Kampf? Ha. Na, na, na. Ah, wir haben wieder Pfeile. Ja, ich hitte mich selber. Ach, Junge. Ja, wie der mich hittet. Wie er mich hittet. Mann. Du Penis, Alter. Damn. Geht doch. Das war die kleine Runde auf dem HFMT.com-Server. Ich hoffe, euch hat es dir gefallen. Ich lade sie jetzt direkt hoch, weil es gleich schon 6 Uhr ist. Danke fürs Zusehen. Ich liebe euch. Ich bin. Junge. Da. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Vielen Dank.